Ein ganz schöner Abend, ganz poetisch erzählt. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Also es war hervorragend, schauspielerisch ganz großartig. Mir hat es sehr gut gefallen, auch von der darstellerischen Dramaturgie und von den Künstlern her. Die Mehrschichtigkeit der Ebenen, in denen das Türk spielte, von den Schauspielern hervorragend wiedergegeben wurde. Ja, diese Vorstellung hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und von den Schauspielern natürlich alle wunderbar. Es war sehr ausdrucksvoll und gut gespielt.